Wie ist es eigentlich mit Eurowings zu fliegen? Was hebt die Lufthansa-Tochter vom Rest der günstigen Airlines ab und lohnt es sich überhaupt? Wie waren unsere Eurowings-Erfahrungen? Willkommen zu einem Trip-Report von Düsseldorf nach Birmingham. Es ist Freitagabend, Anfang Dezember und es geht für uns mal wieder nach Großbritannien, diesmal mit Eurowings. Für mich persönlich ist das erste Highlight in Düsseldorf immer die Schwebebahn vom Flughafenbahnhof zum Terminal. Warum gibt es eigentlich so spezielle Transportmittel nur an Flughäfen? Der Flughafen ist gut besucht, aber nicht überfüllt. Wir lassen die vielen Geschäfte links liegen und gehen direkt zur Sicherheitskontrolle. Die ist auch komplett entspannt und nicht allzu überfüllt. So sind wir in etwa 10 Minuten komplett durch und im Sicherheitsbereich. Auch hier huschen wir nur durch, gehen durch die Ausreise und zu unserem Gate. Zu unserer Enttäuschung bekommen wir leider ein Bus-Gate. Mit leichter Verspätung beginnt das Boarding. Also ab in den Bus und ab zu unserem Flieger. Wir dürfen heute in einem A321-CEO einsteigen. Was ist denn bitte der Zusatz CEO? Das bedeutet nicht etwa, dass wir hier im Bossflieger sitzen, sondern einfach nur Current Engine Option. Sprich, mit der Einführung der Neo-Reihe, also der New Engine Option, bekamen die älteren Flieger bzw. die älteren Triebwerke diesen Zusatz. Ich beschäftige mich zwar echt gerne mit der Luftfahrt, aber das habe ich jetzt heute zum ersten Mal gehört. Schauen wir uns kurz den Sitz an. Der Flieger wurde mit 232 Sitzplätzen ausgestattet, was meiner Meinung nach schon recht eng ist. Mit meinen 1,88 geht das gerade so. Zum Vergleich, bei der so viel gehassten Fluggesellschaft Ryanair habe ich in der 737 Max mehr Platz für mein Fahrgestell. Für diese kurze Strecke mehr als in Ordnung, aber wenn man mal bedenkt, dass Eurowings auch mittlerweile nach Dubai fliegt, könnte das durchaus unbequem werden. Nun gut, alle Passagiere sind eingestiegen, der Pushbacker hat uns ein wenig zurückgeschoben. Zeit um den Start an diesem diesigen Winterabend zu genießen. Noch ein paar Daten zum Flug. Wir befinden uns hier auf Flugnummer EW 9330 von Düsseldorf direkt nach Birmingham. Wir überqueren die Niederlande und werden insgesamt rund 715 Kilometer zurücklegen. Der gesamte Flug im A321 dauert 1 Stunde und 15 Minuten. Kurz nach dem Start wird dann auch das bordeigene Online-Portal Wings Connect eingeschaltet. Und das empfinde ich als das Feature, welches Eurowings vom Rest der Budget Airlines abhebt. Was bietet euch also Eurowings Connect? Nun, in der Theorie ziemlich viel. Ihr könnt aktuelle Fluginformationen sehen, euch das Onboard-Menü ansehen, die Preise sind ganz in Ordnung, 9 Euro für eine Currywurst oder 12 Euro für ein Eurowings-Modell. Bezahlen könnt ihr kontaktlos mit eurer Kreditkarte. Online gehen für Preise von 3 bis 8 Euro, aber ehrlich, wer braucht das bei einer Stunde Flug? Reisemagazine ansehen, um Inspiration für euren nächsten Urlaub zu bekommen? Spiele spielen! Das klappt übrigens auch auf einem Laptop, hat mein Sohn für euch getestet. Und in Theorie sollte man Serien schauen können. Das hat bei unserem Flug nur leider nicht geklappt. Ich habe es mehrfach versucht, bekam aber immer wieder dieselbe Fehlermeldung. Was habe ich denn nun eigentlich für den Flug bezahlt? Nun, ich habe sehr kurzfristig gebucht, um genau zu sein, erst 10 Tage vor Abflug. Warum habe ich das gemacht? Meine Tochter wollte auf eine Convention in Birmingham, da dort ein bekannter Synchronsprecher auftreten sollte. Das haben wir leider erst so kurzfristig vorher erfahren. Für den Hin- und Rückflug von Düsseldorf nach Birmingham haben wir 110 Euro pro Person im Handgepäcktarif bezahlt. Freitagabend hin, Sonntagabend zurück. Nicht gerade Low Budget, aber es war der günstigste Flug von Westdeutschland auf die Insel. Was ist also mein Fazit zur Euro Wings? Da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher. Das reine Hardware-Produkt ist klar Low Budget. Die Preise sind es oft nicht. Sie liegen irgendwo zwischen echten Low Budget Airlines wie Ryanair, Wiz und EasyJet und der großen Konzermutter Lufthansa. Dafür werden aber meist die großen Airports angesteuert, wie beispielsweise Heathrow in London anstatt Gatwick oder Stansted. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was ihm lieber ist. Ich persönlich werde auf jeden Fall weiterhin lieber mit Ryanair fliegen, preislich deutlich attraktiver und trotzdem gleichwertig bzw. sogar komfortabler. Und mit diesen Worten geht es dann auch schon ab in den Sinkflug. Birmingham empfängt uns mit absolut klischeehaftem englischen Wetter. Man sieht so gut wie gar nichts. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, seid ihr meine wahren Helden. Zeigt euch gerne mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar oder abonniert den Kanal sogar. So schafft ihr es in meine Abendgebete. Für uns geht es jetzt ins Hilton direkt neben dem Flughafen. Wir haben uns extra ein Zimmer mit Blick aufs Rollfeld gesichert, weil ich unbedingt schöne Zeitrafferaufnahmen vom Rollfeld machen wollte. Das war mit Blick auf das englische Wetter echt herausgeworfenes Geld. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.